Keep the following in mind. Shoot, loot, and time to shoot! Shoot and die. Man darf halt nicht so zart beseitigt sein. Hä? Wieso sind wir jetzt nur zu zweit? Wieso sind wir jetzt nur zu zweit? Weiß ich auch nicht. Also ich hab eigentlich dieses Pill gedrückt. Eiße. Wir haben ihn jetzt aufs Maul bekommen. Weil gerade eben haben wir nicht zu zweit gespielt. Hä? Naja, gut, schon. Das stimmt auch wieder. Also, jetzt wird alles anders sein. Hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Ja, aber ein NPC. Ja, trotzdem macht der Damage, hä? Hat er mich getroffen? Ja, natürlich hat er mich getroffen. Was ist das? Das ist eine Pack-Rüstung. Das ist ein beschissener Test. Hä? Hast du? Okay. Ja, die NPCs, die vorhin halt hier dann getroffen sind. Und halt wieder hier. Hier, das ist ja der selbe Ort, wo wir sind. Ja, ich muss. Hm. Wechsel einfach. Ja. Trotz die Katze was. Mach mal. Du bist du? Ja, ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Das bin ich. Cool. Ich bin Drohnen, Alter. Okay. Und das war meine Smoke-Granate, die ich gespendet habe. Nice. So. Wollen wir mal ins Haus? Ja, let's go. Wollte ich jetzt auch vorschlagen. Da steht ja noch einer. Ja. Boah, der hat mich getroffen. Der Xer. Hast du ihn? Ja. So können wir hier nicht klettern? Willst du mich verarschen? Was ist das für ein Scheiß? Voll die verarsche. Müssen wir irgendwie anders hier rein, ne? Ja. Hier bestimmt mich hin. Ja. Ja, hier können wir klettern. Kommst du mir? Kann ich rennen. Ja, wie du kannst nicht rennen? Ja, wie du kannst nicht rennen? Ja, dasselbe warst du von. Ach so. Ja, ja. Der hat ja mächtig erwischt. Kannst du dich nicht heilen? Nee. Wie, hast du keine mitgänsten oder was? Auch, aber nicht die guten. Worte kurz. Ich... Ich... Gucken wir hier erstmal rum. Okay, Michi will das direkt rein. Na gut. Geht schon, kann er sein. Na hier ist... Also, im Trailer hat man gesehen, dass das Gebäude ist voller NPCs. Da ist einer drin. Das ist, glaube ich, einer der von Gegnern. Ist reingelaufen. Der Trainer. Bin ich mir eigentlich sicher. Also, so wie der gelaufen ist, das dann nicht wie ein NPC aus. Ah, jetzt geht's mir wieder gut. Wollen wir? Ja. Da schießt du auch schon drin? Lass mal rein. Überrascht mal den von hinten. Will ich aber nicht sein, oder? Hier... Hier ist einer. Okay, das war eine NPC. So. Aber das war... Das war der nicht. Also, der sah anders aus. Du schützt mich mal. Ich guck mal, was hier drin ist. Okay. Wir können weiter. Gibt irgendwas Gutes? Nö, nicht. Ein random Zeug. Ich guck wieder rein. Okay. Start nach. Da ist einer. Ja, ja. Links. Das sind drei, drei. Einen hab ich. Warte. Ich hab hier diese komischen Drohnen. Probier mal. Ne, alle drei hab ich, glaub ich. Ne, hier ist einer. Hier ist einer. Bei mir. Draußen. Der hat ein Schild. Der hat ein Schild. Der hat ein Schild. Oh, mein Gott. Okay, das war... Ja, was soll ich denn sonst machen? Hä? Füße. Ne Ahnung. Ah, das war eine NPC. Hast du drei oder zwei? Ich hab alle drei. Ich hab alle drei. Oder können wir ja gleich sehen. Gleich steht hier auf den Dinger. Den hier habe. Den hier habe. Den hier habe. Der starb in Siegung. Glaub ich nicht. Also ich bin jetzt eigentlich voll. Hast du gehört? Ne. Ja, draußen. Draußen. Komm, 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 komm. Michi. Ja, lass mich kurz meine Sachen einsammeln. Ich muss kurz nachladen. Okay, das war eine NPC. Dann geh ich wieder in die Sachen. Aber das sind noch welche. Ja, NPCs halt. Ja, das weiß ich nicht. Geräusch ist ein Geräusch. Da sind welche noch. Ja. Gehen wir langsam. Extracten. Warte. Okay, haben wir. Ja, NPCs halt. Ja, das wissen wir ja vorher nicht. Ja, das wissen wir ja vorher nicht. Ist... Da ist noch einer. Ja. Ja. Also ich bin jetzt Extracten. Ne? Also wir können auch diese komische Mission nehmen oder sowas. Ne, 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 ne. Keine Mission. Gut, dann... Das ist der... Hä? Ja. Wir müssen... In die andere Richtung. Oh, ich hab keine Muni mehr. Das ist nicht gut. Hä? Versteh nicht. Das ist 9, 19er. Ach ne, das ist... Oh, ich hab das Image. Ich werd angeschossen. Wo? Komm. Und was denn? Hä? Oh. Ich hör nichts. Ich weiß es nicht. Ich hör auch nichts. Ich... Wurde nur einmal irgendwie angepiept. Angepiept. Das ist weil du... Das ist weil du ne Wunde hast. Das ist weil du ne Wunde hast. Drück auf 3. Drück auf 3 und dann siehst du auf deinem Körper ne Wunden. Oh ja, mein Bein ist im Arsch. Und mein Arm. Das ist... Das sind deine Wunden und deswegen kriegst du auch Damage. Ja, okay. Ich hab mir wieder... Hat aber keiner angeschossen. Ja komm. Hau rein jetzt. Warum sind wir immer noch hier drinnen? Komm. Komm. Nicht da hin. Nicht da hin. Michi komm her. Falsche Richtung. Wo du bist. Komm her. Hier. Ja, ja. Ich bin nur auf die Karte. Aber müssen wir nicht nach rechts? Nee. Wir müssen jetzt hier... Ja, in dem Sinne nach rechts. Ich hab noch mal hier. Siehst du das nicht? So. Ja, da hätten wir auch wieder zurücklaufen können, so wie wir eingekommen sind. Mh... Können wir nicht hier raus irgendwie? Wir müssen einfach zum Ding hin, oder nicht? Ich weiß nicht, ob wir hier rauskommen. Keine Ahnung. Hier, können wir doch raus. Was musst du denn? Hier. Ja, aber geht's doch weiter? Ja. Irgendwie geht's doch schon weiter. Hier sind wir so offen. Ja, was willst du denn machen? Wir müssen hier durch, weil das ist alles gut. Da hinter den Mauern rangehen. Hä? Komm jetzt her, Alter. Was? Junge. Was ist mit dir? Digga, guck wo wir hin müssen. Warum läufst du da aus? Bei mir ist... Bei mir ist Richtung... Ähm... Osten. Westen meine ich. Was? Ich gehe deine Markierung nicht. Da ist nichts. Digga. Ich gehe deine Markierung nicht. Alter. Drück M. Drück M bitte. So. Und jetzt guck wo die Extraction Points sind. Guck wo die Extraction Points sind. Was für ein Damm. Ich gehe deine Markierung nicht. Ist doch egal, ob du bei dem Kira siehst. Junge. Siehst du den ersten Extraction Point? Ja, ist okay. Komm. Ja, dann... Was diskutierst du dann, Alter? Ich sag dir doch, wo wir hin müssen. Dann folg mir doch einfach, du Affe. Wenn du nicht weißt, wohin. Da lang ist keine Beschreibung des Weges. Folg mir. Das ist ne Beschreibung, oder? Ja, du bist so langsam. Du warst doch hinter mir, Affe. Bin ich vor dir. Ja. 200 Meter noch. Oder schießen wir. Irgendwas vor uns. Was macht den Berg hier? Hier, ich sehe was. Da. Rechts bei den Paletten hier. Da. Oh, yo. Aber ich habe kein Zielvisier was zu... Also... Ich habe auch nur einen Red Dot. Lass mal langsam reingehen. Oder hier auf die... Auf das Gebirge hier drauf. Wenn es geht. Hm. Wenn wir hier drauf klettern können. Glaube ich nicht. Irgendwie nicht so da. Nicht... Nicht danach aus. Nee. Aber wir kommen hier nicht... Nee, wir kommen hier nicht drauf. Wir müssen da lang. Es geht nicht anders. Hier ist einer. Komm, 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 komm. Wir können ein bisschen rushen. Hast du das gemacht? Ja, das habe ich gemacht. Damit es uns nicht sieht. Wir vorgehen. Können wir hier ran? Nee, wir können nicht ran. Wir können hier nicht ran. Wir können hier nicht ran. Wir können nicht ran. Warte, ich habe hier irgendeine komische Drohne. Steht da. Hast du? Nice. Müsste noch einer sein. Beim Rauch. Ist hier eine ganze Mauer oder ist da ein Durchgang? Nee, das ist eine Mauer. Das war das Mauer. Kommst du mir? Kommst du mir? Scheiße, rechts. Hä? Wo? Hier. Oh Gott. Ach, zum Glück war das nur ein Dings. Das war der Mauer. Oh, ich bin down. Weißt du, du bist down? Nee, ich wurde nur... Hä? Ja, das war der NPC. Warte, 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 warte. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich weiß nicht, wo die sind. Lass mal langsam reinkommen. Ey, lass mich kurz überschlucken. Mach, 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 mach. Hätte ich schon gehütet. Hier ist einer, hier ist einer. Einer ist down. Einer ist down. Komm, 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 rein rein. Mach die Tür zu. Was ist hier? Muni, Alter. Weiß nicht, ob noch jemand hier ist. Doch, ich habe Geräusche von links gehört. Ist auf jeden Fall noch jemand da. Lass mal langsam raus. Ich weiß, ich habe keine Muni. Ich habe auch noch 120 Schuss. Ich habe noch weniger. Ah, ich habe noch ein bisschen mehr. Guck mal in die Richtung hier. Siehst du das? Krimping? Ja, ja. Guck in die Richtung, bitte. Verstehe nicht, haben die alle keine Muni, oder was? 5,4539, das ist nicht mein... Nee. Das rote musst du nehmen. Das war's. Da ist einer. Fuck. Hab ihn. Mein Gott, Alter. Wo? Da hinter der Mauer. Ist er komplett down? Ja, der ist down. Also tot. Der ist weg. Ach dann, ne, hier. Okay. Okay, gut. Wie meinst du das rote? Das rote ist die Muni, die ich brauche. Ja. 5,56er mal 540 brauche ich genau. Hat kein Schwein. Aber ich kann für meine Zweitwaffe dafür nehmen. Das passt. Was kostet der ID Tag? 1500. Der ist nicht so teuer. Egal, weiter zum Extraction Point. Ja. Ja, voll. Hat er hier rote Muni, oder so? 7.000 kostet das eine Teil. Nee, hat er nicht. 12.000, 2.000, 2.000. Wie noch mit zwei anderen Typen? Ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Ah, den hast du gekillt in einem. Kann sein, ja. So, lass mal nach und let's go. Ach so, man hat auch eine begrenzte Zeit. Links, äh, unter der Map. Ich mein, wir haben nur noch 14 Minuten, aber ist egal. Lass einfach Extracten. Kann das wenigstens einmal schaffen. Oder müssen wir jetzt 14 Minuten warten? Nee, das macht echt keinen Sinn. Ach so, wir müssen 10.000. Ja, ist egal. Ist das Extract? Ja. Hä? Insta-Fashioning. Ja, machen wir nix. Technic Alloys. Wir haben null. Wieso haben wir denn... Wir haben nichts dabei? Ich dachte, wir haben diese 400.000 oder so, die wir im Menü hatten. Versteh ich nicht. Warum haben wir denn null? Oder können wir... Was ist denn das anders hier? Oder können wir das jetzt irgendwie hier verkaufen? Nee, das macht ja keinen Sinn. Hä? Wieso müssten wir denn was... Ah. Oder müssen wir jetzt 14 Minuten warten? Nee, nee. Ich werd' angeschlossen. Nee, ich hab' wieder Pänke derzeit, ne? Du hast'n, du wirst'n nicht angeschlossen, nigga. Du kannst gucken. Geh' mal auf das Symbol. Da siehst du bezahlter Extractionspunkt, dann gibt's zufälligen und äh, regulären. Ach so. Permanent, Inactive und Conditional. Ach, und wir sind jetzt bei dem Conditional oder was? Mhm. Aber man weiß es vorher nicht, oder was? Nee. Welcher was ist? Naja, dann müssen wir... Dann müssen wir zum nächsten, komm. Warum, was warten wir denn? Was hab' ich? Fankiller? Äh... Oder Tabletten oder irgendwas ähnliches? Space? Ich hab' Antibiotikum. Ja, gib mal her. Vielleicht hilft das. Hier. Da. Siehst du's? Bei den Steinen, so. Hier, wenn du so... Ah, jetzt, ja. Vielleicht hätt' ich eine Biotikum, ich weiß es nicht. Steht das vielleicht nicht da, wenn du verletzt bist? Was, was dir hilft? Nein, ich nehm's davon ein. Der hat geholfen. Okay, passt. Naja, dann laufen wir jetzt zum nächsten, der ist 200 Meter entfernt. Oh. Hm, ich geh mal stark davon aus, wir können durchs Wasser. Wir können ja mal hier die... Wo ist denn das Ding? Diese Mission nehmen. Wieso willst du eine Mission nehmen? Ah, ich will einfach wissen, was das ist, Mann. Location, Pipeline, Repair Site, Time, 5 Minuten. Weil wir da 10.000 Coins kriegen. Willst du mit den 6 Coins? Ja, wir uns extracten. Du brauchst kein Geld, um extracten. Ja, das wissen wir doch nicht. Weißt du, wenn wir jetzt den nächsten erreichen und dann schon wieder einen... Einer ist, wo wir 10.000 Coins brauchen. Bei dem einen steht extra bezahlt. Huh, vor uns. Vor uns, Michi, vor uns. Ja, ja. Wir hätten einfach gehen müssen. Nein. Ja, wir müssen in diese Richtung, das ist ja klar, oder? Wir müssen spornen, weil du den Auftrag aktiviert hast. Das hat damit nichts zu tun. Das sind alles NPCs. Ja, und was hat das jetzt mit dem Contract... Der Contract... Du weißt schon, dass der Contract damit nichts zu tun hat, oder? Was stand da mit dem Contract? In dem Contract stand, dass wir einfach einen Typen killen müssen, der vor uns ist. Das hat mit dem Contract nichts zu tun. Also ich glaube nicht, dass die aus dem Nichts spornen. 200. Ja, da stand aber da, dass wir einen Spieler töten. Nicht Ampisades. Und der, der hinter uns jetzt gespawnt ist, dafür kann ich ja auch nichts. Und der ist nicht gespawnt, sondern das ist einfach ein Typ, der hinter uns ist. Das ist ein richtiger Spieler. Ja. Das hat mit dem Contract wieder nichts zu tun. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Weiß ich nicht. Ich habe nur noch 9 Muni, also ich kann hier nichts machen. Der Nen ist auch ein Spieler. Naja. Ich habe ihn gedaunt. Kannst du ihn töten? Ich habe keine Muni mehr. Ich habe 13 Muni oder so. Mehr als 0. Lass mal da hinrennen. Lass mal schnell, schnell, schnell. Komm, komm, komm. Weil der hat uns noch nicht gepusht. Der ist da glaube ich immer noch. Hä? Soll ich zum Extraction Point um Muni zu holen, du Affe? Ja, ich renne zum Extraction Point. Oh mein Gott. Oh, der ist inaktiv. Ja. Kommst du jetzt zurück oder wie ist das? Nee, du kommst zu mir. Du hast doch gerade gesagt, der ist inaktiv. 10 Meter weiter ist der nächste. Der ist reguläre. Kommst du? Ich habe halt keine Muni, aber okay. Lass einfach ohne Muni weiter. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, hier sind doch 10.000 Leichen. Wir haben doch 10.000 NPCs gerade gekillt. Digga, wenn der gleich ein Spieler um die Ecke kommt und ich sterbe. Ja. Na, jetzt bringt das nichts mehr. Jetzt laufe ich dir schon her, dann. Ja. Bring deinem komischen Callout. Digga, wenn... Lauf! Lauf! Hä? Kommen wir jetzt hier hoch? Ja, wir müssen hier außen rum. Auf jeden Fall warten wir keinen Spieler. Ja. Na gut, dass ich nur noch 6 Muni übrig habe. Und auf der zweiten Waffe 3. Ich messere die einfach. Äh, genau. Jetzt bitte... Oh mein Gott, zum Glück. Meine... Das war glaube ich nur wie gesagt ein Spieler hinter uns. Aber... Also, als du den Contract angenommen hast. Ja. Sind 5 oder 6 Leute vor mir gespawnt. NPCs. Ah, okay. Also, da stand nur irgendwie Kill High Variable Target oder sowas. Ja. Heißt aber nicht, dass man Spieler war... Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Und du erzählst schon wieder, da steht, wir müssen Spieler töten. Ja. Diese Verzerrung der Informationen. Die Verzerrung. Also... Überall Missinformationen. Sogar in der eigenen Duo-Cue. Ja. Wunder Spaß. Überall nur Missinformation. Ja, aber macht doch Bock. Also, ich weiß nicht. Es ist tausendmal besser als Warzone. Ich sag ja auch nicht, dass es schlechter ist als Warzone. Sexcheatern und vor allem endlich mal ein Extraction-Shooter, der nicht komplett Hardcore ist. Also, mir gefällt's bisher. Ja. Können wir gerne mal die Tage wieder aus... Also... Morgen oder so. Was? Oh, wie viele Kill's hast du gemacht? Hä? Warte kurz. Gibt's 5 Kill's. Wie ist der behindert? Keine Ahnung. Fehlen da richtige Spieler oder? Nee, ich glaub allgemein. Ich glaub allgemein. Ja. 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 Ich glaub nicht, dass ich 12 Spieler getwittet habe. Die Leute haben wir jetzt nicht gesehen. Wenn du auf Weiter gehst, dann siehst du was. Nach dem Match. Ach so, das ist ja auch cool. Du kannst, äh... Du kannst Items einmal ins Auktionshaus stellen und an richtige Spieler verkaufen. Oder wenn du keinen Bock hast zu warten, kannst du das einfach beim Händler verkaufen. Dann machst du aber sehr viel weniger Kohle. Kannst du schon verkaufen? Ja, anscheinend bin ich ja schon dieses Level 3 oder was auch immer das ist. Also ich konnte jetzt eins reinstellen. Warte mal. Hier Stash. Da hab ich hier so komisch einen Broken MA. Dann gehe ich auf Sell. Dann kann ich entweder Merchant oder Auktion auswählen. Dann kann ich hier 24 Stunden reinstellen. Dann stelle ich einen Preis ein. Keine Ahnung. 80.000. Dann mach ich List. Genau. Und jetzt müsste es bei mir im Auktionshaus sein, weil List... Hä? Ach so, ja. Ah ne. Hä? Atom Sold? Das wurde direkt verkauft oder was? Okay, anscheinend habe ich meine 90.000 direkt gemacht. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ach so. Und jetzt musst du den 83... Also du musst auch bezahlen halt, wenn du so etwas reinstellst. Ich hab jetzt 95.000 reingestellt und hab 83.000 rausbekommen. Ja, aber ich weiß jetzt... Items muss ich ja jetzt nicht wirklich ins Auktionshaus zu tun. Na, je nachdem welche Items, natürlich. Das ist aber... Ich glaub das ist kein Dings Auktionshaus. Das ist kein... Dealer Auktionshaus. Oder? Oder ist das doch eins? Doch, das müsste eigentlich eins sein. Oder du kannst dir vielleicht Items einfach anfragen. Und aus bestimmten Items kannst du einfach irgendwas herstellen oder so. Das heißt, vielleicht habe ich grad ein gutes Item verkauft. Was man vielleicht später braucht oder so. Na, wieso? Guck mal. Ich hab jetzt hier eine Batterie für 90k. Naja. Naja, aber was willst du mit anfangen? Du kannst ja auch... Auf dem Fragezeichen... Genau, hier rechts unten steht dann Usage, wenn du auf ein Item drauf gehst. Da steht Unlocks at Operation Level 28. Du kannst irgendeinen Sniper oder so freischalten dann. Also... Okay. Whatever. Wird für den Blackside Bow verwendet. Premium Medkills. Geste. Wird auf... Also du kannst ja dann entscheiden, ob du das halt brauchst oder nicht. Brauch ich das? Geld brauche ich eigentlich auch nicht. Ich hab... 450.000. Ja, ich hab auch 500.000. Ja, gut. Egal. Bin wir beim nächsten Mal raus. Es geht ungericht auf. Wir sind nicht mehr auf. Es geht es dir, wie wir es aus. Wir müssen nur mit dem Geschmackaar zu können. Gehen. Sie müssen noch mal auf. Wir schauen, wie wir ihn nicht mehr. Wir sind die, die Welt.